Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum 21. Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESPHome? Nachdem wir uns in den letzten beiden Teilen angesehen haben, wie man Werte aus Home Assistant und aus MQTT abfragen kann und in ESPHome verwenden kann, möchte ich mir im heutigen Teil mit euch gemeinsam einmal ansehen, wie wir unsere Pflanzen in der Wohnung über ESPHome überwachen können. Genauer gesagt machen wir das mit so einem Xiaomi Flower Care Sensor. Steckt man einfach so in die Blumenerde rein, hat hier oben einen Helligkeitssensor, einen Temperatursensor noch mit an Bord und eben Bodenfeuchtigkeit. So und dieser arbeitet mit Bluetooth, also greifen wir in dem Fall jetzt einmal nicht zu unserem gewohnten D1 Mini, sondern in diesem Video verwenden wir mal einen ESPHome SP32, denn dieser hat Bluetooth direkt mit Onboard und somit können wir auch direkt diese beiden Geräte über Bluetooth miteinander kommunizieren lassen und der ESPHome sendet dann wie gewohnt die Daten per WLAN an unser Home Assistant. Wie das funktioniert und was es dabei zu beachten gibt, das schauen wir uns in diesem Video Schritt für Schritt an und ich würde sagen, damit legen wir auch direkt los. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen für nur 5 Dollar, als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen Angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht es jetzt weiter mit dem Video. Hier seht ihr jetzt mein Home Assistant und wir legen auch direkt los mit der Integration vom Xiaomi Flower Care in ESPHome. Dazu wechseln wir zuerst auch mal nach ESPHome und legen uns unser Gerät an. Das nehme ich jetzt einfach mal Flower Care, trage wie immer temporäre WLAN-Daten ein, sage hier wieder Skip this Step und wähle jetzt hier, abweichend zu den anderen Videos, eben ein ESP32, denn wir brauchen ja das Bluetooth. Also sagen wir hier Next. Die Konfiguration wurde erstellt und wir sagen hier Edit. Hier sehen wir, haben wir jetzt auch eine andere Plattform und ein anderes Board. Das ist aber natürlich auch korrekt. Also fliegen wie immer die unnötigen Kommentare raus. Die temporären WLAN-Daten ersetzen wir durch unsere Secrets, speichern das Ganze und sind startklar. Werfen wir also jetzt einen kurzen Blick in die Dokumentation. Dafür gehen wir auf die ESPHome Homepage und suchen jetzt hier einmal nach Bluetooth Tracker. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen runter scrollen, dann sehen wir hier der Bluetooth Low Energy Tracker Hub. Diesen wählen wir mal aus und dann sehen wir hier, die ESP32 Bluetooth Low Energy Tracker Komponente erstellt uns einen Hub, über den wir in der Lage sind, Bluetooth Geräte eben zu tracken. Das heißt, diesen Eintrag benötigen wir auf jeden Fall in unserer Konfiguration, um quasi erst einmal die Bluetooth Komponente zu aktivieren. Und diese machen wir uns anschließend in unseren Sensor-Definitionen wiederum zu nutze. Hier sehen wir zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wie wir eine Presence Detection durchführen können. Das heißt, wie wir überprüfen können, ob ein bestimmtes Bluetooth-Gerät mit einer hier angegebenen MAC-Adresse für unseren ESP32 erreichbar ist. Wenn ja, liefert der entsprechende Binary Sensor True, also On zurück und ansonsten False, also Off. Mit diesem Vorgehen überprüfe ich bei mir zum Beispiel, in welchem Zimmer ich mich gerade befinde. Genauer gesagt, in welchem Zimmer sich mein Handy gerade befindet. Darum soll es jetzt an der Stelle aber gar nicht gehen. Wenn ihr dazu noch ein eigenes Video sehen möchtet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Uns geht es jetzt hier um die Plattform Xiaomi HHCCJCY01, denn dabei handelt es sich um unseren Flower Care. Wenn wir uns das einmal genauer ansehen, dann sehen wir, wir haben hier den Plattform-Eintrag, dann eine MAC-Adresse und der Sensor liefert uns dann eine Temperatur, eine Bodenfeuchtigkeit, einen Helligkeitswert, einen Wert für die Leitfähigkeit und ursprünglich das Batterielevel. Das Batterielevel wird mit der aktuellen Software leider nicht mehr übertragen. Bevor wir jetzt aber diesen Eintrag hier in unsere Konfiguration übernehmen können, müssen wir zu allererst unsere MAC-Adresse von unserem Flower Care herausfinden. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt als allererstes mal an. Dafür wechseln wir hier oben mal auf Setting Up Devices und dann sehen wir jetzt hier wieder ESP32 Bluetooth Low Energy Tracker und das müssen wir jetzt, wie hier angezeigt, erweitern. Und zwar müssen wir beim Logger zusätzlich ein Log Level angeben. Und zwar das Level Very Verbose. Und das sorgt eben dafür, dass wir alle Detailinformationen, die ins Log geschrieben werden, also nicht nur Warnungen oder so, sondern dass wirklich alle Informationen im Log ausgegeben werden. Und dadurch sind wir in der Lage, unser Gerät entsprechend zu identifizieren. Und ich würde sagen, das machen wir mal. Wir kopieren jetzt hier diesen Eintrag, gehen wieder ins ESP Home in unser Projekt, fügen das Ganze jetzt hier mal ein und Logger haben wir ja schon drin stehen. Also ersetzen wir jetzt hier das Logger mit Logger Level Very Verbose. Das soll uns an der Stelle auch schon reichen. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Install, wähle Plug into this Computer. Am COM 4 hängt jetzt mein ESP32 und ich sage Verbinden. So, die Konfiguration wurde installiert, also schließen wir mal den Dialog. Wir sehen, unser Gerät ist auch online, also schauen wir direkt mal in die Logs. Zur Information, der Flower Care liegt hier auch schon mit eingesetzter Batterie direkt daneben. Und hier sehen wir jetzt die erweiterte Ausgabe von unserem Logging des ESP. Und hier haben wir jetzt unser Gerät gefunden. Hier können wir es auch lesen. Name Flower Care und zwar mit der folgenden MAC-Adresse. Das heißt, diese kopieren wir uns jetzt einmal und wechseln damit jetzt wieder rüber nach ESP Home. So, und hier fügen wir jetzt diese MAC-Adresse erst einmal als Kommentar einfach nur ein, speichern das Ganze und werfen nochmal einen Blick in die Dokumentation. Denn was wir jetzt brauchen, ist unser Sensoreintrag und dafür kopiere ich mir jetzt hier einmal den gesamten Sensorblock, wechsel wieder nach ESP Home und füge das Ganze hier unten einmal ein. Den BLE-RSSI-Sensor, den brauchen wir jetzt gerade nicht, sondern uns geht es ja um unser Flower Care und die soeben ermittelte MAC-Adresse, die kopieren wir jetzt einfach mal hier rein. Die Namen bei den Sensoren könnt ihr natürlich anpassen. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal so stehen. Den Kommentar brauchen wir auch nicht mehr. Wir speichern das Ganze und sagen installieren. Unser Gerät ist wieder online, also binden wir es jetzt in Home Assistant ein. Wie wir gerade schon gesehen haben, die IP ist die 190 am Ende und da wir keine Benachrichtigung haben, machen wir das Ganze wie gewohnt manuell. Wir gehen auf Integration hinzufügen, sagen hier ESP Home und geben jetzt hier ein 192.168.5.190. Wir bekommen hier bestätigt unser Gerät Flower Care und sagen fertig. Wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir, das Gerät liefert uns fünf Entitäten und zwar genau die, die wir hier auch definiert hatten. Batterielevel, Helligkeit, Feuchtigkeit, Leitfähigkeit und die Temperatur. Binden wir diese jetzt mal auf unserer Übersicht ein. Dafür wechseln wir auf unseren Reiter Test, gehen in den Bearbeiten-Modus, sagen Karte hinzufügen, nehmen wie immer die Elemente-Karte und suchen jetzt hier mal nach Xiaomi und da sehen wir auch schon unsere fünf Geräte. Die fügen wir jetzt der Reihe nach hier einmal ein. Wählen Speichern. So und so langsam kommen jetzt hier auch die ersten Werte rein. Das dauert mitunter immer ein bisschen, aber Stück für Stück sollten sich dann diese Werte hier auch füllen. Wenn wir jetzt hier nochmal im ESP Home in die Loks gucken, dann sehen wir jetzt hier auch, hier kommt gerade der Helligkeitswert rein. Aber wie ihr seht, die Aktualisierung dieser Werte lässt auf jeden Fall einige Zeit auf sich warten. Heißt, hier ist jetzt erst einmal ein bisschen Geduld gefragt. Dann aktualisiert sich wieder der Temperatursensor. Und wer auf die Zeitstempel geachtet hat, der wird auch gesehen haben, ich sitze hier schon eine ganze Zeit an der Aufnahme. Gebt dem Sensor einige Zeit. Die Werte trudeln Stück für Stück auf jeden Fall ein. Der Punkt Conductivity, also die Leitfähigkeit, kann durchaus sein, dass diese jetzt, weil der Sensor neben mir liegt und nicht irgendwie in der Erde steckt, eventuell sogar auf unbekannt bleibt. Da bin ich gar nicht ganz sicher. Und wie gesagt, das Batterielevel wird uns sowieso nicht übermittelt. Diese ganzen Sensoren könnte man jetzt auch noch zu einer Flower Card zusammenfassen. Aber da es sich jetzt gerade um das ESP Home Tutorial und nicht um ein Home Assistant Tutorial handelt, würde ich sagen, wenn euch das interessiert, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann machen wir daraus noch ein eigenes Video. Für dieses Video soll es das an der Stelle erst einmal gewesen sein. Ja, so viel zum Thema Pflanzenüberwachung mit ESP Home. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESP Home diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls es noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen wiedersehen würden. Denn da schauen wir uns einmal das Thema Deep Sleep mit ESP Home etwas genauer an. Heißt, wie können wir Strom sparen, wenn wir zum Beispiel unser ESP Home Projekt mit einem Akku betreiben möchten. Und bis dahin verabschiede ich mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!